Hier ist ein Stein, Leute. Mit dem Stein kann man safe das Schloss zertrümmen. Ich bin alleine. Ja! Digi, Dani, du bist ein Genie hier in dieser Scheiße. Nimm mal erst den hier. Ich muss mir das Ding hier noch rausnehmen. Zieh mal auf, zieh mal. Bäh, Maschinenbauer knackt hier das Tor auf, Digger. Guck mal, die Holzlatte und diese Gitter hier. Schieb rein den Mist. Ohne Witz. Digi, wir haben Geheimgang gefunden. Schieb mal durch. Und Hebel auf, Hebel auf. Alter. Ein Kanapult. Digi, schieß mich rüber. Schieß mich rüber. Schieß mich rüber. Warte, warte. Setz euch rein. Ich drehe auf, ich drehe auf das Ding. Wow. Wir müssen erst die Mauer kaputt schießen. Mach euch das große Tor hier von hinten auf. Das geht von hier. Lull, ja, los, los, los. Hä, wie kommt man denn hier weiter? Wo bin ich hier? Hä, dann muss man selbst so hoch. Achso, weil ihr auch mal. Ja, ich hab's aufgemacht. Lukas ist hier oben. Ey, Südrapunzel, was machst du hier alleine? Meine Mutter soll ich hier auch hoch. Komm mal eine, hey, mach mal die Türen zu. Komm mal eine hoch, mach die Türen zu. Ich bleib hier allein mit ihm drin. Schachtig Totuchuhu und so. Darf ein bisschen rausschneiden. Sorry, Zuschauer. Das ist easy. Oh, Martino kommt hier mit einer Scheiße an, Alter. Ey, das ist der richtige Weg, ihr Fräser. Geh rein, ich geh um Ende. Ja, mit der Fähne, ja. Geh doch rein. Geh rein. Ich mach das, Leute. Ey, ich lege, hält sich bei mir fest, Junge. Und jetzt? Warte, warte, lass mich noch schnell hoch, lass mich noch schnell hoch. Zieh, Lukas. Zieh dich. Warte, warte. Warte, jetzt, danke. Oh, wieso bist du nicht mehr dran? Ninja, Ninja, mach mal vor. Komm mal, komm noch durch den Kamin. Geh mal vor, Ninja. David ist eigentlich noch drin. Ja, komm, komm, komm. Oh, er schwingt. David ist geil mal hier. Oh, ist das geil. Ach nein. Warte, ich komm rüber, ich komm rüber und zieh dich hoch. Oh, ich auch. Ich bin da, ich bin da. Bimster. Die einen fallen da hinten runter wie Fettsäcke. Oh, Leute, Alter. Er fesselt, Uwe. Wo rüber da jetzt? Kino. Hörst du mich? Die kommen hier angeflogen, Alter. Was sind die denn jetzt? Genau, und jetzt schon. So. Oh, 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 oh. Ich dachte, mach das. Das ist die Fringe immer wieder zurückgestangen. Oh, Mann. Wo warst denn die her? Na da. Hinter dir. Ich zeig dir bitte ein A. Lange muss da ran, damit man sich rüberschwingen kann. So, Willi, ja. Genau so. Und jetzt springen. Spring doch. Spring, laufen, spring, laufen, spring. Lauf, und spring. Lauf, und einfach nur anhängen. Äh. Äh. Äh, los. Leute, warte, wir kommen. Bleib so, bleib so. Wir kommen, wir kommen. Und jetzt schwingen, jetzt schwingen. Äh, wer schiebt mich hier? Fitti. Lass uns rüberschwingen. Warte, einmal noch, einmal noch. Und jetzt absprung. Und los. Lass mich da, Uwe. Ja, Mann, ey. Oh, dich häng auch schön unten. Ich schaff's, glaube ich. Ey. Ich schaff's, bitte. Ich war eben vorne. 200 Mal. Ja. Ja. Äh, speichern. Ich glaube, jetzt könnt ihr in Wasser hüppen, dann schafft ihr es alle, glaube ich. Ja, wir probieren, wir probieren, wir probieren. Ey, lass los. Äh. Oh, ich hab's geschafft. Oh, Leute. Ah, ist ja mehr ertrinken. Willi, was soll denn das? Ich wollte dich überzupfurtieren. Ah. Oh, Mann, du scheiß Fass fällt dann dauernd um hier. Doch, kacke. Du bist zu fett bist. Oh, du scho. Wie hast du's jetzt? Ja, ich hab's. So, dann lass dich hier irgendwie hochhüpfen. Let's go. Digga! Tom Cruise. Tom Cruise. Juhuhuhu. Der Glockenschlag. Wie steht ihr denn? Die stehen hier oben an der Glocke, Digga. Zieh runter. Leute, das kann man auch anders runterholen. Ein echter Ninja. Obfett sich für sein Team. What? 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 Ich hol's das Ding. Er hol's das Ding. Er hol's? Bester Mann, Alter. Und jetzt einer nach der anderen bitte. Nicht wieder paniken. Nein. Ist der andere komplett vorbei, Digga? Jetzt der Hund. Ja, das Ding ist gerade noch gewonnen. Hä, wo bin ich? Ja, da sind so das Fels. So, was ist hier der Auftrag? Ich bin an der Mühle. Fiddy, lass los sein. Hast du dich da festgehalten? Einfach an so einem Flügel? Ja, guck mal, hier oben schwebe ich. Ich halte mich jetzt auch an dem Game fest. Oh, wie geil ist dieses Game? Da ist noch einer. Das ist wirklich toll. Tino, lass los. So. Wir müssen jetzt hier loslassen und hier rüber auf die andere Insel. Ich hab's geschafft. Ich trau nicht. Ihr müsst hier rüber mit auf die andere Insel. Ihr müsst an der, wenn der ganz links ist, loslassen. Yeah, Lukas, sauber. War das mit dem Ninja? Ah, sauber. Feuer ich. Feuer. Ja. Oh, Fiddy. Ach, du musst dich da oben. Ja, Tor geht auf. Ich bin unter der Scheiße. Hä, wieso hängt das Ding hier so auf halb A? Fiddy, mein Kopf. Oh, wieso? Mein Kopf. Hilf mir. Hängt da fest mit dem... Äh, das hat gerade Urs noch geleckt. Fiddy. Oh, ich bin oben rüber geflogen. Oh, Alter. Habt ihr es geschafft? Ihr habt es geschafft. Oh, nein. Alter, seid ihr oben über die Level geflogen? Hey, ich bin hier hingefladet. What the... Oh, da... Stimmt das Tor. Oh, Silbertrophil. Ruder doch. Ja, ja, ja. Er streckt den Arsch hier raus. Weiter, Ruder. Ja, ich probier doch. Du machst rückwärts. Du machst rückwärts. Ja, so, so, und jetzt schwung. Sonst lass uns beide einnehmen. Das wird hier nix. Guck mal, wie du hier ab... Ja? Jo, was ist denn? Was ist die Kamera an der Dreht, Alter? Jo, hier, hallo! Hier, hier, uh! Hey, guck mal, jetzt hier. Ich bin so viel hässlich, wenn wir abgeholt werden. Aus Deutschland. Jetzt gehst du Steuermann. Fahr noch ein bisschen dichter ran, die saufen sonst ab uns. Scheiß! Ich spawn schon wieder im Wasser. Kommt jetzt rüber da. Komm wieder. Ja, ich bin drüben. Einer ist rüber. Guck mal, guck mal, guck mal. Halt. So, Lucas, ich komm wieder hin. Du kannst noch fallen alle ins Wasser, Digga. Halt dich doch da fest, oder? Kann man sich da noch nicht festhalten? Nochmal, guck mal. Ihr könnt aber in der Luft lenken. Ihr könnt in der Luft lenken eure Figur schon. Ja, dann fahr doch erstmal wieder weiter rüber, das olle Ding. Ich muss hoch, das Ding. Ja, Fiti muss noch ein bisschen höher, oder nicht? Erst mal ein Stück Höhe. Höhe, Höhe. Höhe, Digga. Du kannst doch nicht so weit nach da hinten. Höhe und weiter zum Blauen. Mutti, mach erst mal Höhe. Nicht so hoch. Ey, überentspannt. Komm erst mal wieder zu uns hier. Ja, ja, ja. Ey, die Leute. Die sind noch am Zielpunkt gezogen. Stopp, 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 stopp. Ja, 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 ja. Ich hab schon ein Stück. Ein Stück nach unten. Ich krieg dich nicht hoch. Ja, aber jetzt müssen wir hier rüber. Wir müssen hier rüber, Lukas. Äh, äh. Haben die kein Pappmaß, was acht Meter lang ist? Geil. Du, jetzt wäre alle ruf. Ja, alle? Und wer steuert denn? Seid ihr besoffen? Einer, ja, der Letzte. Ich auch für mich. Ich steuere. Ich steuere. Oh, da müssen wir einmal rübersteigen. Das ist hier wie Takeshi's Castle. Die Treibung, wir müssen hier einmal rüberhüpfen. Hier ist alles dunkel. Wo bist du denn? Bist du da im Ausfluss drin oder wird? Ja, diesen, äh, Dings, dieses Rohr. Lass mal das Boot weiterfahren, dann können wir da unten gleich nochmal rauf. Nicht so, wie Lukas aussehen. Warte, ich hab überlebt. Nein, ich häng fest. Ich schieb die Kiste ins Wasser, Leute. Du, duck dich da unten durch. Duck dich durch. Du, duck dich durch. Hey, guck. Hey, mach die Lombarda da unten, Alter. Yo. Digga, das klappt fast. Digga. Muss hier auf das Scheißhaus. Oh, ich bin hier rüber. Nein, ich bin hier vorne neu. Ich komm hier, nee. Ich geh jetzt hier rüber. Alter. Nein, 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 ich fall runter. Hast du diese Holzbalken? Ja, über diese kleinen Stangen, die da sind. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Ich stehe nicht als Brücke. Mach mal. Wuhu. Jawohl. Er hat. Ich mach das los hier los. So, er kommt, er kommt. Ich hab doch die Idee. Warte, warte, warte. Ich komm gesprungen. Ich komm gesprungen. Ich komm gesprungen. Halt fest. Yeah. Ruhe. Jetzt los, einer, nur einer. Ich fick ja Ruhe. Ruhe. Ja, aber jetzt müssen wir da rüber kommen. Ja, ich bin drüben. Gleich ab, weil wir zu viele sind. Die Fahne unterdurch. Ich fahre dich praktisch die Steine rein. Stell dich tot, stell dich tot. Totstell. Ich bin doch im Leben. Jawohl. Totstell. Könnt ihr mich abholen? Ey, hier ist ein roter Hebel. Der andere schleift mit dem Kopf da oben und bremst uns aus. Ach so. Was haben wir mit dem Stecker gemacht? Jo, jetzt geht das den komplett unter. Schmeiß die Steine hier raus, die hier noch drin sind. Ich seh nix. Ja, komm. Nein, wir halten uns fest. Ja, ja, fahr hoch, los. Los. Willst du rein, Tino? Ich fahr. Chill, 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 chill. Okay, let's go. Wir hängen uns an den Fahrstuhl fest. Hä, da kommen wir nicht an. Wie willst du das denn machen? Wie weit denkst du denn hier die Lanze, Alter? Die stehen nach 18 Meter weg. Ach, ist das denn logisch? Wer steht da hinten und sagt, wir halten, guck mal, guck mal, wir halten uns fest und die saufen komplett ab. Aber wo sind die, wo sind die, hängt da unten eine am Seil? Ja, ja. Hä, ihr hängt ja beide hier unten dran, seid ihr besorgen? Nein! Halt mal kurz an, halt mal, Stevie, halt mal kurz an, dann hüppigt er nach oben ran. Halt an, halt an, halt an! Hey! Hey, du Bastille! Jetzt! Fahr weiter! Ja genau, lass dich los! Ich hab ihn! Geh weiter! Oh, nee, wir sind zufrieden, Alter! Halt bloß fest da oben! Spring dagegen! Ja! Der Dump ist gebrochen! Bessi! Ab geht er! Bessi! Bessi! Lass mich alle mal ran! Ich häng von der Action gar nix mit. Ich häng hinten dran. Die fahren da grad runter. Die fahren komplett runter. Da oben war noch n. Wie konnte ich denn die hochziehen gerade? Kann ich gerade auch nicht. Naja, ich bin auch geschmiert. Scheiße, wenn man die Hände hochhebt, Alter, dann iss. Nein, Leute, wir müssen uns loslassen und auf die dahinter fliegen. Versteht ihr, was ich meine? Dann schwingen und dann auf die untere springen. Also ich hab's geschafft, ich bin oben. Ja, und jetzt jump hier rüber. Arme strecken. Ninja-Modus. So, zwei sind oben. Oh, er steht, du stehst du. Und Arme hoch und komm. Wir ziehen nicht hoch, wir ziehen nicht hoch. Arme hoch und komm rüber, komm rüber. Zieh dich hoch. Noch nicht, noch nicht. Was fängst du da? Komm rüber hier. Zieh dich hoch, wir ziehen nicht hoch. Lass los, lass los. Lass los, wir haben dich, wir haben dich. Lass los. Hälften, die hochzuziehen hier. Oh nein. Zieh dich hoch. Mach deine Arme neu. Mach deine Arme neu. Mach deine Arme nach oben. Ja. So, und jetzt drückt einer den Schalter, dass der Ventilator aufgeht da unten. Yes. Ab geht die Post. Hilfe, Uwe. Uwe. Hälften. Hälften. Willi. Hälften. 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 Oh nein. Oh nein. Ich bin direkt da schon reingefallen wie ein Fettklot. Hälften. 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 Hälften.